So, zweiter Segeltag für Marco mit Segeln. Auf gehts vom Master nach Schleimünde. Ja, ja. Alle haben plötzlich am Segeln hier. Was ist das denn? Wie spät haben wir es denn, Olaf? 15.15 Uhr. Ja gut, geht noch. Und da? Ja. Bei 7 Knoten Wind liegt Schlafmütze mit 5 Knoten durchs Wasser. Alle Motoren, wir segeln. Wie sich das gehört. Ist auch ein Segelboot. Ja, Schlafmütze ist halt ein Segelboot. Dafür, dass es November ist, ist es auch ganz schön warm. Ja. Da hinten, da ganz 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 hinten ist eine Bavaria. Also müssen wir nicht mal drüber reden. Weil... Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Ich weiß nicht, warum die alle Motoren. Was soll sie da? Ja. Ja.